Sony, gibt es jetzt 20.000, wenn du mir immer wecker. Dankeschön. Kannst du gerne machen. Ne, aua. Hey, meine Homme. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich ändere jetzt das Geißel. Hey, meine Homme, ich habe den Gefangenen für euch. Kümmern wir euch um den. Der hat gebackt, Just. Verdammte Wichser. Hallo, ich habe nicht gebackt, Just. Mach den fertig. Hallo, ich habe nicht gebackt, Just. Scheiße, Alter, ich habe den Fohler festgenommen. Ich habe nicht gebackt, Just. Alter, schwöre bei Gott, er hat gebackt, Just. Der andere. Egal, hier mein Deal. Ich gebe dir 20.000, wenn du den Dietrich hier, den ich in meiner linken Tasche habe, benutzt. Mikrofon aktiviert. Ach so, eine Systeme? Das würde auch reichen. Hey, der hat doch keinen Fall. Ja, doch, hast du dich hören? So, es sind auch so ungefähr 20.000. Würdest du das lagern? Wie bitte? Was, was? Du bist ein bisschen leise. Ja, also, also, ähm, wir fangen jetzt ein kleines Stück mit dir. Mit, äh, ja. Also, das Telefon habe ich noch. Wir fangen jetzt ein kleines Stück mit dir. Okay. Mikrofon aktiviert. Also, nur so noch mal als RP-Hintergrund. Und, ich benutze hier mein Funkel. Kannst aussteigen, alle sehen. Welches hier an meiner Schulter ist. Und zwar hast du eine Pistole. Nein, komm, wir, der hat noch keine. Anstatt, ich kann sie noch nicht sehen. Dann machen wir dich hier instillfrei. Wir haben alle Dietrichen. Und ich hätte gerne deinen Sturm gewehrt. Das, äh, lächelt mich so an. Mikrofon mutiert. Okay. Danke, bitte. Was ist denn sowas von scheißegal, was der Ding? Also, eigentlich sterbe ich lieber. Und leg, leg deine Waffe direkt nieder, wenn du frei bist. Und versuche, es kann nicht abzuhören. Also, ich werde sie direkt holstern. Erstmal, ne? Was du es weißt. Mikrofon aktiviert. Oh, die Wand ist ein bisschen fett. Die Wand ist gut. Da ist ein Loch. So, holst mal bitte. Dankeschön. Bitte, fahr. Ich bin... Checky Chang. Mikrofon aktiviert. Also, wie ist euer Angebot? Mikrofon aktiviert. Oh, das Auto ist auch noch offen. Das Auto ist ja auch noch offen. Mikrofon aktiviert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte lieber... Wie wäre es mit deiner Waffe? Wie wäre es mit deiner Waffe? Mikrofon aktiviert. Ich habe keine Waffe. Mikrofon mutiert. Wie wäre es mit... Wie wäre es mit... Wie wäre es mit... Wie wäre es mit deinem Kollegen als Sexsklave? Mikrofon aktiviert. Gut. Nein, 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 nein. Der Mina ist Sklaven. Er ist besser. Mikrofon mutiert. Mikrofon aktiviert. Mikrofon mutiert. Mikrofon aktiviert. Ich... Ich habe leider keine Dietrich. Hast du noch irgendwelche in deiner Tasche? Mikrofon aktiviert. Ich hasse dich, Bastard, da hinten. Kann ich zugucken? Hast du noch einen Dietrich? Ich kann sonst nicht... Weißt du? Mikrofon aktiviert. Ey, kann ich gut kommen? Nein, das eher weniger. Mikrofon aktiviert. Wie bitte? Das eher weniger. Das eher weniger. Eher weniger halt. Ich habe nicht zugehört. Ist er nicht so gut? Er ist nicht so gut, nein. Er hat noch die Klamotten an und ich kann ihn nicht ausziehen. Mikrofon aktiviert. Entfessel mich, zieh ihn aus. Ja, also ich habe keine Dietrich hier. Ich weiß, ich kann ihn nicht entfesseln. Ja, komm her, ich habe es nicht. In welcher Tasche? In der ganz vorne in der Mitte. Bei der Beule. Der will mich besser nehmen. Ich spüre es. Ich spüre es. Mikrofon muted. Komm, Schatzi. Gib her. Mikrofon aktiviert. Der will mich besser nehmen. Mikrofon muted. Okay. Mikrofon activated. Machst du mich auch frei? Dann nach. Hette! Mach ihn bloß nicht frei. Mach ihn bloß nicht frei. Wie ist dein Eingebot? Mikrofon activated. Also, wir machen das so. Okay. Mikrofon activated. Dann nehmen wir ihn da hinten aus, klauen sein Auto und hauen ab. Das ist nein. Hey, 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 hey. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Ist mir jetzt egal, ob er zuhört. Das ist mir irgendwie... Nein, danke. Ich stehe nicht auf Waffen und so. Ich stehe mehr auf Cash. Wie viel zahlst du? Mikrofon activated. Kannst du das nochmal bitte wiederholen? Ich höre ein bisschen. Tut mir leid. Also, ich stehe lieber auf Cash. Er hat die Kopf gerufen. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Er hat die Kopf gerufen, eindeutig. Ja, aber sieh das mal so. Wenn wir ihn auskommen und so, dann haben wir sein ganzes Cash, was er dabei hat. Was er von den ganzen Huren und so eingesammelt hat. Warte, ich regele das ganz kurz. Warte mal. Dein Kollege hat gesagt, wenn ich dich empfesse, äh, wenn ich ihn empfesse, kriege ich Geld. Mikrofon activated. Du hast... Ich nehme mir das Geld sowieso. Also, also... Mikrofon activated. Hey, du bist voll das Arschloch. Gut, also, tut mir leid. Aber Geld hat er keine mehr. Mikrofon activated. Genau. Ja gut, dann müssen sie halt den anderen fragen. Okay, gut, okay, gut. Okay. Sag, was ist dein Angebot eigentlich? Ab, äh... Ne? Einen von euch trifft's. Was ist dein Angebot? Mikrofon activated. Wie bitte? Ja, ja, nur einer von euch kann überleben. Was ist dein Angebot? Mikrofon activated. Was hat er geboten? Nichts. Außer Sexsklaffe. Mikrofon activated. Hey, Polizei. Was ist das, Mann? Herr Polizei! Hey. Tut mir leid. Oh nein, komm schon. Wo tauchen wir denn hier? Hey. Also, das hier ist ein Geiselnehmer. Ich war vorhin noch Geisel, hab noch SOS gerufen. Und das da hinten ist sein Kompader. Gucken sie mal. Also, sie können ruhig mitkommen. Ich renne ihn jetzt nicht dran weg. Officer? Mikrofon activated. Sie stehen bei mir auf einem Flecht. Oh. Alter, vertraust du mir nicht, alter Faller? Ich würde dich instant umlegen jetzt gerade. Mikrofon activated. Das ist gerade mehr als nur ein Vertrauens. Oh, noch. Hier, dieser Typ da, der hat noch eine Drohung ausgesprochen. Nein. Geisel, Gott. Mikrofon activated. Lass sie sich bitte nicht so stehen. Lass sie sich stehen. Lass sie sich stehen. Kein Bock drauf, Alter. Kein Vertraunder, Mann. Positioniert, eiskalt, Empfehler. Und dann, lass uns sein. Also, das war alles. Vielen Dank.